Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands wurde. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kursbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kursbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens. Und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Ich verkünde es, Heilands wurde. Ich brauche sie nur zählen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals bieten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, der Vater, Jesu Christi und wahre Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden bis zur Nacht. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen. Wir lieben euch. Besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, jedem Vorschlag. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Für die Freiheit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.